Der Abend steht ja ganz im Zeichen für die Ukraine. Warum sind Sie hier? Ich bin sehr überzeugt, dass wir die Ukraine schützen und wieder aufbauen müssen, denn die Ukraine führt unseren Krieg. Wenn die Ukraine sich nicht gegen Putins Wehr setzen würde, dann käme er zu uns. Das ist meine feste Überzeugung, deswegen sind wir verpflichtet, der Ukraine zu helfen. Was kann denn jeder von uns tun, um irgendwo, will ich, ein Stück Frieden in die Welt zu bringen? Schwierige Frage, kann ich nicht beantworten. Das ist zu schwer, ja, ja, genau. Wie geht es Ihnen mit den Krisen, die wir weltweit im Moment sehen? Ich finde, im Moment ist es eine sehr beunruhigende Zeit, nicht nur in der Ukraine, auch in anderen Weltregionen. Und wir können alle nur miteinander hoffen, dass sich das alles wieder setzt und befriedet. Sonst stehen uns sehr, sehr schwere Zeiten davor. Ich bin Teil einer kleinen Hilfsorganisation namens Interhub, die im Wesentlichen in Hameln basiert ist. Dort bin ich Vorstandsmitglied und Schirmer. Und wir haben einiges für die Ukraine schon in der Frühzeit des Krieges gemacht. Mein Sohn hat zum Beispiel geholfen, dort einen Bus hinzubringen, der in ein rollendes Lazarett umgebaut worden war. Leider ist der schon nach sechs Monaten durch einen russischen Angriff zerstört worden. Und zwei medizinische Helfer sind dabei ins Leben gekommen, traurigerweise. Ich selber habe eine Lebensmittellieferung dorthin gebracht. Und unsere Organisation arbeitet schon seit vielen Jahren, genauer gesagt seit 2014, mit einer vergleichbaren Organisation in der Ukraine zusammen, sodass wir dort sehr gut aufgestellt sind und sehr gut helfen können.